Hallo liebe YouTuber, das Spiel Cyber Hunter wird aus dem Sortiment vom Kanal gelöscht inklusive dem erspielten und erkauften Zeug. Paladins Strike wird aus dem Kanal entfernt inklusive allem Erspielten. Des Weiteren werdet ihr euch verabschieden müssen von... Warte, das kommt gleich. Das geht jetzt euch nix an. Das ist ja egal. Dann wird entfernt aus den Spielen, Leute. Aus den Spielen wird... Ich gehe jetzt mal auf den Game Launcher. Aus dem Sortiment genommen Novice Heroes und Wine Glory. Die Parts die gedreht wurden bleiben jedoch bestehen. So, wenn es fertig gezählt hat, wird es endgültig gelöscht mit Spielständen und so weiter. Das ist jetzt der Fall. Und des Weiteren überraschungsmässig... Es ist ja eh kein Part mehr gekommen. Manche haben es vielleicht vermutet. Wir müssen nochmal öffnen. Error of Legends wird mit Spielständen entfernt. Es bleibt Fortnite, Creative Destruction, Minecraft und neue Truth Gate Leute. Wo wir gerade dabei sind... Spielen wir doch gleich noch eine Runde. Fünf Sekunden. Zehn. Haha. Yeah. Wohohohoho. Okay, okay, okay. So. Jetzt ist der Part zu Ende, Leute. Noch vier Spiele sind dabei. Vielleicht kommen neue dazu. Wer weiss, wer weiss nicht. Dankeschön für das Verständnis. Wie gesagt, die gedrehten Parts bleiben erhalten. Jedoch wird es keine neuen mehr geben. Dankeschön für euer Verständnis. Nochmal und Tschüss. Bye, bye. Bei... Peace...